Wirklich? Ja. Achso, wegen deinem Ticket. Achso, wegen deinem Ticket mir ist langweilig. Du hängst fest. Nee, mir ist langweilig. Ähm, nee, nee, ich häng fest. Gott, ich retz mich. Wo bist du? Warte. Alter, mach Massenretz. Warte mal, hier ist einer der Politiker. Okay, was soll ich sagen, wenn er fragt, wo ich festhänge? In den Seilen, ne? Ja, in den Seilen. Ah, er ist klar. Er schreibt alles klar, oder was? Ähm, nee. Nee, er hat noch nicht geantwortet. Wo hängst du denn fest in den Seilen? Schön, dass du Zeit für mich hast. Ja, also liebe Zuschauer hier streamen, ihr braucht euch nicht wund, dass ihr 16 Tage Wartezeit habt. Du hast ein Problem mit deinem Charakter? Er fragt, ob ich ein Problem mit meinem Charakter hab. Hast du ein Problem mit dir? Ja. Hast du ein Problem? Frag erst mal, bist du M oder W? Schreib das erst. Ohne Scheiß. Hab ich? Nein, jetzt kommt dieses Agro-Scheiß-Ding. Was genau ist denn dein Problem? Das Problem, ich hänge in den Seilen. Wenn ich schreiben müsste, hast du auch ein Problem? Und wenn du fragst die Menschen, nein, dann sagst du in DM. In DM. In DM. Dann hab ich sie dir da längst, ja. In DM. In DM? Meinst du, ich hänge da im Kahn oder was? Nee, du musstest dich doch dann vom Feuer so wegflodern. Mit den Seilen, weißt du? Ah ja, genau. Und dann sagst du, ich hab einen abgeseilt. Und wo ist die Hänge noch? Oh, ich hoffe, was genau ist denn das Problem mit deinem Charakter nun? Steckt er fest oder nicht? Ja, er steckt fest. Er steckt fest in deiner Freundin. Schreib das. Oh nein, Alter, das ist zu hart. Schreib das. Schreib das. Ja. Schreib das. Ja. Schreib das. Alter Mutter, ja. Steckt uns bei der Freundin fest. Nee, Alter, dafür ist mir der Account so lieb. Jein. Er steckt weniger, als er hängt. Hier läuft einer auf der Stelle. Na nix. Hängt der Lock oder steht er schon? Die Tickets schreiben. Am Wochenende. Mach der Screenshot. Weißt, ich nehm das gerade auf. Ja, und davon machst Screenshots. Ja, ich mach mal das Fenster ein bisschen größer. Hängt der Cha oder steht der Cha? Bist du M oder W? W, jetzt steht er. Machen wir das mal. Okay, das steht. Machen wir das mal. Die machen das. Ich schaume das mal an. Standard antworten. Der M oder W. Aber gut, die kicken mich gerade nicht. Die haben mich vergessen, was am Anfang passiert. Die haben mich schon vergessen, die haben mich schon vergessen, Alter. Die waren eh alle Afka. War ja erst vor zwei Minuten. Waren eh alle Afka? Das sieht die gar nicht. Die machen überhaupt keinen Ausschluss. So, jetzt gleich den Boss holen, dann kann nichts passieren. So, gut. Nicht würfeln von Boss zu Boss und dann gleich Boss holen, fertig. Ach, geil. Bist du M oder W? Ich weiß nicht, was das hier zur Sache tut. Doch, doch, doch. Für mich schon. Ich hab geschrieben. Wenn ich mit einem männlichen und alleinlichen Ministerlehrer in der Kathedrale stehen hab, will ich wissen, ob ich mit einem männlichen oder weiblichen mit M spreche. Ganz einfach. Was? 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 Sag, du bist ein Chobar. Du bist ein Chobar. Du sprichst nur mit Männern. Du bist der Ratsch aus How-of-your-Manner und du sprichst nur mit Frauen reden. Ja. Du musst vorher ein Bier aufmachen oder sowas. Du musst vorher einig drin. Oder gib ihm einfach irgendeine Antwort, die nichts mit seiner Frage zu tun hat. Das ist immer ein Geister. Apfelkuchen. Ja, genau. Mach einen FC-Spruch. Mach einen FC-Spruch. FC. Meinst du das? Ach, du machst das mit der Nasse, wo ich dir gar nicht sexuell gehen. Du hast eine Katze? Schreib das. Schreib das mal. Die machen da nix. Glaub ich. Du nimmst ein Gans in den Mund. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Super, wir können das eh nicht nachprüfen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Das will ich segnen auf YouTube. Ja, ich auch. Das landet auf YouTube. Ich will seh... Ich will seh... Ich will seh, wie du ne Woche vor... Äh... Account-Bannen bekommst. Genau. Hallo. Willkommen bei dem Guide. Wie? Verhalte ich... Den 10-Wenn-Account-Bannen. Oh, man. Genau. Hallo und herzlich willkommen beim BOW-Guide. Wie krieg ich kostenlos einen einwöchigen Account-Bannen, wenn ich einen GAM beleidige? Ich soll dich auf einen Fehler hinweisen. Der Ratsch ist von Big Bang Theory. Nicht von... Ja, hab ich schon gesagt. Du hast How I Met Your Mother gesagt. How I Met Your Mother. Hey, How I Met Your Mother. Hey, How I Met Your Mother. Das kann ich jetzt sagen mit allen Müttern. Büttertach. Ja, ich hab Big Bang Theory. Stimmt. Wenn der... Der... Der Brainer hinterbleibst du gucken. Der macht kein Damage. Nein, du lieber schauen, was die im Chatfash sagen. Äh, lol. Meine Katze läuft am auch... Ja, was soll der GM denn? Ähm... FC. So, so. Ich hab gestreut... Ach, du meinst das mit der nassen Muschi gar nicht sexuell gesehen? Du hast ne Katze? Ich dachte schon. Also FC scheiße und er so FC. So, so, so. Danke mal, Ihre Muschi-Scheißen, wenn Sie die Katze haben. Ha 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 ha. Geil. Kennt ihr den? Darf ich den Katze streichen? Ja, klar. Wenn sie die Muschi halten. Äh ne. Warte. Warte. Darf ich mal hier doch die streichen. Garde, wenn die Katze halten. Wo ist denn den Livestream? Im GM. Was? Wo ist denn... Wo ist denn... Wo ist denn... Wo ist denn den GM im Livestream, alter? Ja. Schreib, mach das, schreib, mach das. Schreib, mach das. Ich guck grad nen GM... äh, nen Livestream, wo die... äh, GMs verarschen. Ja, ich glaub, die dürfen die gar nicht auf der Arbeit sich jemanden angucken. Ja, bitte, ne. Was was die machen da nebenbei? Die GMs, die wir vorrückten Tage gar nix mehr. Die armen... Die armen Schweine. Ja. Wirklich. Ich hab ähm... Reportage gelesen. Das sind diese... Ein-Euro-Jobs. Das sind... Wie? OwnTV slash was? Slash BarclayVUW... Was? So ein blöder Name. 86, oder? So was ab. Wie... Spul. BarclayVUW86, oder? Stark! Das ist Hohrenvergewaltigung. Die Drehe vermumpften. Barclay... Barclay! Das ist BarclayvUW86, oder? Er ist ja... Er ist ja... Du bist noch halb am Leben. Ich will das Eule drehen. Ich bin da eigentlich Scheiler. Soll ich jetzt den Boss? Soll ich den Boss spott? Ja, ich spott mal. Komm, ich spott auch. Bazinga ist tot. Komm, komm, ich spott. Stell dich auf die andere Seite. Kennst du Life of Brian? Ja, komm. Barclay. Kennst du das Leben des Brian? Den Film? Den Solatenfilm? Was für'n Ding? Liebendes Brian? Nee, das war so Last Tim's Brian. Das war so'n Film, ne? Und da ist so'n Typ und er... Ah, Quatsch. Always look on the bright side of life. Na klar, das kenne ich. Kann ich dir sonst irgendwas helfen? Mir ist langweilig. Wer hat das GM geschrieben? Nee, er hat geschrieben, kann ich dir sonst noch bei etwas anderem helfen? Und dann hab' ich geschrieben, mir ist langweilig. Ja, post ihn bitte die Adresse für den Stream. Hab' ich grade. Hab' ich grade. Ich gucke gerade nebenbei einen Livestream, wo ein paar Leute GMs verarschen. Hütet euch. Ich glaube, der fühlt sich ein bisschen verarscht hier. Okay. Also, ich schreibe jetzt auch mal ein GM an. Wie war deine Frage? Ja, was? Haben die den noch gekickt oder was? In den Seilen. Mein Charakter hängt. Wo hängt er denn? In den Seilen. Kann ich warten? Nicht? Cool, das Trick. Den brauch' ich. Ich bin da. Ich brauch' nen Hals. Super, ich kann nicht mitlosen. Ah, okay. Warum nicht? Doch. Siegel der sieben Zeichen. Das hab' ich auf 397, Alter. Ja, auf ein altes Würfel war eh nicht. Die Handschuhe trau' ich auch nicht, aber ich würfel' die alle weg. Ah, da ist der GM. Was geht? Lol. Hey, was geht? Alles klar? Bist du GM? Was? Ja, das ist der Game Master, oder? Geh raus. Spricht der? Spricht der Französisch? Spricht Französisch, wenn alle Games nicht Französisch sprechen. Ja. Sicherter Game Master, ja. Der GM so... Ey, der GM hat mir gerade mehr oder weniger gedroht. Was hast du gesagt? Dir ist klar, dass das Ausnutzen des Ticketsystems zu Accountstrafen führen kann. Wir Game Master sind dazu da, Spielern aus der Claime zu helfen. Wir sind kein Bespaßungskommando. Was? Was? Was ist das denn? Also sonst hat er ja nicht so die Dome gehabt. Joel ist ja auf dem Live-Film gerade. Hallo, lieber Game Master. Hallo, lieber Game Master. Ja, 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 bin ich auch. Sophie, Sophie, wir wollen hier niemanden... Beleidigen. Und schon gar keinen Game Master. Wie? Immer noch schöne Videos am machen? Buckley, ich sag' jetzt bloß nicht, dass mein Char Choppy heißt in der Platte. So, jetzt nehmen wir noch ein paar Screenshots dazu. Meine Katze vergewaltigt meine Tür. So. Screenshot. Ja. Ist top alles. Und Screenshot, so. Alles klar. Warum tust du die Tickets... Also sowas hat für mich... So, tschüss. Ich hab schon geschrieben, ob die M oder W sind und so und...